ja hallo ihr lieben und willkommen zu einem kleinen vlog nach der arbeit ich habe jetzt mal gedacht dass ich mir mein fahrrad schnappe und einfach mal eine runde düsen gehe durch den wald tagebau lang und mal gucken wie weit wir heute fahren ja ich bin eben von der arbeit rein wir haben es jetzt ungefähr halb sieben und ich dachte mir so erst mal runter nimmt das mal auf mit der gopro hero 2 und liebe grüße an die stelle an dieser stelle an puster 82 denn der will sich ja auch die gopro hero 2 kaufen für das fahrrad also ja motorcross edition halt und die fahrrad erweiterung für den grad und so weiter und so fort ich habe jetzt übrigens die gopro hero 2 gerade vorne ja an meinen stoßdämpfer dran gemacht und weil ich eh nicht so schwer bin dass die bis runter schlagen von daher habe ich die da dran gemacht und ja ihr hört auch schon die vögel zwitschern es scheiße schwül also gefühlte 40 grad aber egal ich werde es einmal losflüssen einfach mal eine runde mit ja wem das jetzt nicht unbedingt interessiert der sollte jetzt abschalten dann ja ihr werdet viel grün sehen vielleicht läuft uns das ein oder andere wild über die linse kann man sagen und ja fahr ich einfach mal los Eis genau das Mount schiff'r jb 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020